so willkommen zurück bei devil may cry oder wie ich es auch gerne nenne das spiel bei dem ich mich bis auf die knochen plamiere ja letzte folge sind wir mehr oder weniger der polizei beziehungsweise ja den hechern von mundus da entkommen leider musste cat zurück bleiben ich denke mal wir werden sie irgendwie im laufe des spiels befreien müssen wobei ich jetzt halt nicht weiß wann das dann halt sein wird ich hoffe recht bald aber so wie das hier aussieht des teufels spiele keine ahnung also das bild sagt macht mir keine großen hoffnungen ich glaube da werden wir wieder öfters draufgehen okay aber kann ja hier im kaffeesatz lesen so viel wie ich will wir sollten einfach die mission beginnen sag seinen namen sag seinen namen ich habe keine ahnung wer du bist oder warum du dumm genug warst mich anzugreifen doch ich weiß dass du diesem mädchen etwas bedeutest und ich wette sie ist auch die wichtig und ich weiß dass du mit dem nephilim zusammenarbeitest ich will den nephilim du willst das mädchen lass uns doch einfach tauschen interessant interessant mondus weiß weniger als ich dachte er kennt meinen namen doch das ist alles er weiß nicht dass wir brüder sind oder ich ein nephilim sie ist stark durchgehalten ja das hat sie gut gemacht aber wir können sie nicht retten was meinst du glaubst du ernsthaft dass ich dein leben gegen ihres eintauschen würde das sage ich doch abgesehen vom fakt dass du mein bruder bist bist nein ich sage nicht dass wir mich gegen sie eintauschen wir sollten einen anderen tausch anbieten kehrt gegen mundus weib lilith warum würde mundus sich um eine seiner uhren scheren weil er sie geschwängert hat was woher willst du das wissen als ich am turm war habe ich einen dämon namens phineas getroffen er wusste es ja ich kenne den namen das ist ausgezeichnet wir haben zugriff auf mundus ungeborenes kind das ist genau was wir brauchen um ihn herauszulocken nein wir nutzen es um kett zu befreien das ist wahnsinn du würdest die zukunft der menschheit für ein mädchen riskiert ist durch die hölle gegangen um uns zu schützen wir finden einen weg um mundus zu schützen ich werde sie nicht zurücklassen verstehe okay wir folgen deinem plan bruder okay und nun ist der mundus hoher lilith führt diesen exklusiven club für die high society in der innenstadt da treffen sich berühmtheiten reiche säcke banker solcher leute es fließen massenhaft dämonische substanzen sie macht die armseligen würmer süchtig und das zeug verwandelt sie in seelenlose schlafen sie wird dort nach dort sein du kommst nicht rein nur geladene gäste ich bin geladen zack jetzt schon fuck you genau ist das nicht derselbe club in dem wir eigentlich am anfang waren oder ist das jetzt ein anderer müsste derselbe sein ich bin ich bin Bist du wild? Lass uns tanzen, Idiot! Ach, dann fängt sich Dante! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Sollen wir erst ein wenig mit dem Spielen? Öh, au! Oh, oh, oh! So, ist der rote tot, kann ich hier Waffe wechseln? So, kommt noch was? Oder muss ich jetzt hier weiter? Ach, ne, da ist noch einer. Hat sich versteckt, der Olle. Och, nö, och, nö, och, nö. Moment, so. Oh! Na, geh schon kaputt, du Hexe. So, schön. Sag schon, Dante. Was führt dich hierher? Die Musik? Der Champagner? Die Mädels? Hat es etwa was mit diesem dürren, kleinen, verwelkenden Blümchen zu tun? Ich bin nur wegen dir hier. Verdammt, komm hier runter! Ich würde ja, Dante, aber wie soll ich das sagen? Du hast nicht mein Niveau. Was geht jetzt? Ach, du Scheiße. Menschen und Dämonen. Heute bieten wir euch ein aufregendes Ereignis. Die Tanzfläche wird zur Arena. Aha. Öh. 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 schlenken. Dass er mich dann auch aus der Luft rausnimmt. Na, komm, 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 komm. Komm doch mal hier auf mich zu. Komm. Ja, so schön. Oh, schön. Wieder von hinten alles genommen. Ach, ne. Schon wieder. Ow. Was kommt nu? Och, nicht schon wieder umdekorieren. Du hast doch gerade erst umdekoriert. Das heißt, ich darf wieder hier rumspringen. So, wen? Bei innen? Tada. Huch. Äh, nee. Äh, das mal. Das mal. Das Aquila. Die nehmen wir zwar auch öfters, Aquila, aber Hm. Hm. Ach, nur damit wir irgendwie die ganzen Punkte mal wegnehmen. Ach, wir hätten ja noch hier Revenant. Okay, zurück. Was können wir an Gegenständen eventuell? Nehmen wir mal so ein Gesundheitskreuz. Zum einen, weil uns das mehr HP bringt und unsere HP wieder auflädt. Ich habe keine Zeit für deine Spiele. Und zum anderen, weil wir es können. Oh, das ist mein Club und du hältst dich gefälligst an meiner Regel. Was ist das? Willkommen bei Der Teufel hat Talent! Ist ganz einfach, Ante. Überlebe und du erhältst eine Auri jetzt mit mir. Was natürlich nur heißt, dass ich höchstpersönlich dein Gehirn rausreiße. Aber wenn du versagst, stirbst du und deine kleine Schlampe. Man sagt, dass du die Macht von Himmel und Hölle in dir hast. Sollt ihr das mal auf die Probe stellen? Okay. Okay. Okay, so weit, so gut. Sollten wir anfangen? Die erste Runde wird für einen gut ausgestatteten Kerl wie dich ein Zuckerschlecken sein. Fight! Moment, wer, 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 wer schießt denn da auf mich? So. Na, zweite Runde. Ja. Ja, ich kann hier der lächerlichste Jump'n'Run-Typ werden. Äh, fährt der jetzt nicht mehr hoch? Nö. Ah, zu weit. Mist. Oh. Oh. Oh, und... Das war aber knapp. Sieben! Oh! Oh! Auf die letzte Sekunde! Ja, ich auch nicht. Warum sind wir fest? Ach ja, die Qual der kleinen Böhre! Eine Sorge! Sobald Mundus mit ihr fertig ist, wird sie nichts mehr spüren! Gar nichts mehr! Gar nichts mehr! Ich frage mich gerade, welcher Weg jetzt besser ist! Ah! Uh! Okay! Oben ist auf jeden Fall noch so ein Lebensdingen! Ah! Deswegen, dass man das auch nicht so hundertprozentig abschätzen kann! Oh! Okay! Da geht's runter! Und da immer so an diesen Seiten zu kämpfen, ist natürlich auch immer ein bisschen problematisch! Weil anscheinend, wenn man da einen Schritt, wenn er dann irgendwie einen Schritt zu weit macht, dann fliegt man halt auch runter! Ja, wunderbar! Was denkt ihr, liebe Verehrende? Sollen wir dieser Feld was auffällen? Nein! 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 Ah! Och, nö. Ah. Ah, da wird doch wieder nix, ey. Okay, die hatten zumindest mal noch so ein paar... ...äh, Lebenspunkte. Aber irgendwie diese Kettensägen-Typen da, die gefallen mir nicht. So, aber ich denke mal, das hier ist ein guter Ort, um die Aufnahme zu beenden. Ist ja hier so ein kleiner Zwischenschritt anscheinend. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis in Folge wieder. Bis...